Hey Freunde, willkommen auf meinem Desktop mit diesem überaus unterdurchschnittlich entwickelten Urlaubsfoto, was ich lustigerweise erst vor zwei Tagen gesetzt habe. Davor war da noch mein Geschwader-Logo. Möchte ich dieses Foto zeigen? Hey Freunde, willkommen auf meinem Desktop. Ausnahmsweise mal nicht im virtuellen Cockpit, also noch nicht im virtuellen Cockpit, denn wir müssen ein bisschen Arbeit auf dem Desktop vollbringen. Wir werden uns heute DCS Simple Radio Standalone installieren und einrichten. Den Desktop habe ich übrigens nur für euch aufgeräumt. Der sieht im Normalfall etwas unordentlicher aus und wenn ich sage, ich habe aufgeräumt, dann meine ich das ziemlich genau so. Ich habe nämlich alle Icons einfach nur auf den zweiten Bildschirm geschoben. Wir klären aber erstmal die Frage, was ist eigentlich Simple Radio Standalone und brauche ich das überhaupt? Denn das sind so die zwei Fragen, die in letzter Zeit relativ häufig gestellt werden. Simple Radio Standalone, da können wir uns ja eigentlich schon mal zusammen angucken. Macht mal einen Browser eurer Wahl auf und navigiert mal zu. Ich habe das schon mal vorbereitet. dcssimpleradio.com Eigentlich steckt schon total im Namen, was das ist. Es ist ein Radio, ein Funkgerät und damit ist eigentlich auch implizit schon irgendwie so ein bisschen klar, ob man das braucht oder nicht. Wenn ihr ausschließlich im Singleplayer unterwegs seid und nur im Singleplayer fliegt, dann braucht ihr das nicht. Das gibt euch keinen Mehrwert und dementsprechend braucht ihr euch eigentlich auch das restliche Video gar nicht erst so wirklich angucken. Es war schön, euch ganz kurz zu sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Fliegt ihr hingegen im Multiplayer, sei es im öffentlichen Multiplayer oder auch geschlossen in einer kleinen, in einer kleinen privaten Gruppe, dann ist die Chance relativ groß, dass ihr irgendwann mal Simple Radio nutzen möchtet. Es heißt Standalone. Das heißt, es ist ein eigenständiges Programm. Das war nicht immer so eingefangen, hat es als Teamspeak Plugin. Und im Prinzip ist es Voice over IP, wenn ihr so möchtet. Es interagiert nur mit DCS und sorgt dafür, dass ihr auf der Frequenz funkt, die ihr in eurem virtuellen Flugzeug oder in eurem virtuellen Hubschrauber so eingestellt habt. Und dementsprechend hören euch auch nur Leute, die genau die gleiche Frequenz eingestellt habt. Das simuliert also Funk im Multiplayer. Wie installieren uns das heute? Richten das zusammen ein? Denn da gibt es so vielleicht den einen oder anderen Fallstrick und dann probieren wir das auch sicherlich nochmal ganz kurz aus. Um das zu installieren, müssen wir es natürlich erstmal runterladen. Und oh Freude, oh Freude, der Download-Button ist direkt fett auf der Homepage. Wenn man da drauf drückt, landet man letztendlich bei GitHub. GitHub ist ein Dienst, um Quellcode für Programme öffentlich zu hosten. Simple Radio Standalone ist prinzipiell komplett open source. Das heißt, man kann den Quellcode von diesem Programm einsehen, runterladen. Und von mir aus könnte man sich das Programm auch selbst kompilieren und so weiter und so fort. Aber das wird jetzt viel zu technisch. Das wollen wir ja auch alles gar nicht. Wir möchten es ja runterladen. Allerdings ist GitHub da, wenn man da noch nie war und irgendwie nicht so IT-affin ist, dann ist es erstmal relativ unübersichtlich. Ich meine, hier sind ja schon super viele Links irgendwie drauf. Man wird aber prinzipiell durch den Knopf auf der Homepage, also durch den hier, wird man aber prinzipiell immer zur aktuellsten Version geleitet. Das ist jetzt hier bei mir gerade die 1.9.8.0. Bei euch kann hier durchaus eine andere, hoffentlich höhere Zahl stehen. Hier gibt es noch einen Link zum Simple Radio Standalone Discord. Da auch gerne reinjoin, wenn ihr irgendwie Support braucht. Ansonsten gibt es da sicherlich auch Support bei uns auf dem Community Discord. Und hier auch noch einen Link zu Sirius Patreon. Da kann ich auch nur empfehlen, das Projekt zu unterstützen, denn ich möchte ja das, also ich persönlich möchte, dass Simple Radio noch ein bisschen am Leben bleibt. Und wenn ich das dadurch möglich mache, cool. Wir möchten aber eigentlich gerade den Kram runterladen. Und da sieht erstmal nicht so aus, als wäre hier ein Link. Nee, das ist total versteckt. Wenn man das nicht kennt, man muss nämlich ganz nach unten scrollen. Hier steht noch jede Menge, dass man sich gerne durchlesen kann. Wir möchten aber unterm Strich den SRS-Auto-Updater-Exe runterladen. Und wenn man nochmal nach oben scrollt, steht das hier sogar. Download and run SRS-Auto-Updater.exe. Oder wir könnten auch, wenn wir den, also wenn jemand von euch dem Auto-Updater nicht vertraut, dann kann man sich auch diese ganze ZIP-Datei hier mit 75 MB runterladen. Und wenn ich die dann aufmache, dann finden wir da, ah, das geht auf dem zweiten Bildschirm auf, und wenn ich die dann aufmache, dann finden wir hier drin auch alle Dateien, die wir benötigen und müssen das jetzt entpacken und noch so ein paar Dinge machen. Das finde ich viel zu umständlich. Ich lade mir diesen Auto-Updater runter. Und sobald der fertig runtergeladen ist, starte ich ihn einfach. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit aufgenommen wird, denn der Auto-Updater braucht prinzipiell Admin-Rechte. Ich drücke da jetzt mal drauf, mal gucken, was OBS sehe ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade sehen könnt. Und cool, auf jeden Fall fragt der Admin-Rechte an, die gebe ich ihm. Nee, ihr habt das nicht gesehen. Ihr habt jetzt gerade einen Hornet-Bildschirm gesehen, wenn ich das im Augenwinkel noch richtig gesehen habe. Da müsst ihr auf jeden Fall in diesem Bildschirm einmal auf Ja drücken. Hier hingegen drückt ihr jetzt nicht auf Ja. Das fragt mich, möchte ich die Release-Notes lesen? Naja, die habe ich ja hier gerade gelesen. Also nein, die möchte ich jetzt nicht lesen. Stattdessen geht jetzt automatisch der Installer gleich auf in den nächsten paar Sekunden. Da ist schon der Installer. Und Achtung, dieses Fenster bitte lesen. Do you want to make changes? Möchtest du Änderungen vornehmen? Ja oder nein? Ich möchte Änderungen vornehmen. Es kann sein, dass bei der ersten Installation dieses Fenster bei euch nicht kommt. Ich hatte halt Simple Radio schon öfter bei mir drauf. Also ich habe es gerade sogar schon in einer anderen Version drauf für mein Geschwader. Ich drücke hier jetzt auf jeden Fall auf Ja. Sollte dieses Fenster bei euch kommen, bitte Ja drücken. Wenn das Fenster nicht kommt, machen wir direkt hier weiter. Im ersten Textfenster wählt ihr euren Installationspfad. Wo möchtet ihr das Programm hin installieren? Ich habe es vorhin schon mal test installiert, aber wieder runtergeschmissen. Deshalb hat er sich das gemerkt. Hier steht schon eine 2 dahinter. Denn in dem Pfad ohne die 2 ist mein richtiges Simple Radio, was allerdings schon vorkonfiguriert ist und so weiter und so fort. Aber da ich Videos immer doof finde, wo dann gesagt wird, so hier sind schon alle Einstellungen gesetzt. Ne, wir konfigurieren das gleich vollkommen zusammen, deshalb installiere ich mir jetzt eine zweite Version davon. Und zwar hier. Installiert das Programm, wohin ihr möchtet. Ihr kennt eure Festplatten besser als ich und das ist auch verdammt gut so. Schritt 2. Und da müsst ihr den Ordner eures Saved Games Folders angeben. Im Normalfall findet der den automatisch. Wenn nicht, ist das, ja ich heiße Basti, falls ihr es nicht wusstet, hallo. Im Normalfall findet ihr den automatisch, falls nicht, müsst ihr hier diesen Pfad angeben mit eurem Windows-Benutzernamen. Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt hier auch auf Locate drücken. Ich drücke da jetzt nicht drauf, weil ich nicht weiß, was für ein Ordner aufgeht und das ist hier halt mein privater PC. Da möchte ich unter Umständen nicht alles zeigen. Step 3 ist, wir drücken auf einen dieser beiden Knöpfe und suchen uns noch aus, ob wir ein Shortcut im Startmenü erstellen möchten. Ja, kann man mal machen. Und Remove, nein, ich möchte es nicht entfernen. Ich möchte es natürlich installieren. Also, wenn ihr hier beide Pfade gesetzt habt und der hier ist mit am wichtigsten, der muss stimmen, drückt ihr hier einfach einmal auf Install. Dann läuft der ein bisschen durch und erstellt alles und der hakt sich halt auch ins gespeicherte Spieleverzeichnis ein. Wie ich eingangs gesagt habe, das Ding interagiert mit DCS. Das Ding muss auslesen, welche Frequenz ihr gerade in eurem Muster eingedreht habt, um das irgendwie ordentlich zu verteilen. Und dann sagt der hier Update Complete. Ja, ich habe drei DCS-Versionen drauf, unter anderem noch eine Closed Beta. Damit ist aber alles fertig. Einmal auf OK drücken und schon ist das Programm installiert. Jetzt geht ihr in euer Installationsverzeichnis, wo auch immer ihr das hin installiert habt. Das kann ich ja nicht wissen. Und ich navigiere da gerade mal in meinem zweiten Bildschirm hin. Und da findet ihr... Kann ich euch das zeigen? Ja, ich glaube, ich glaube, das kann ich euch gefahrfrei zeigen. Und da findet ihr eine SR-ClientRadio.exe in genau diesem Verzeichnis. Die startet ihr einmal und ich glaube, die fragt auch wieder Admin-Rechte an. Kann also sein, dass ihr jetzt mal kurz wieder einen Hornet-Background seht, wenn er denn starten möchte. Ah, geht doch. Hat nur ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, ihr seht gerade einen Hornet-Background. Ich möchte dem Ding gerade Admin-Rechte geben und drücke auf Ja. Ah, da war es kurz auf und ist wieder zugegangen. Da ist es wieder. DCS SRS Client1980. Das sieht doch super aus. Und jetzt müssen wir das Ding zurecht konfigurieren. Cool. Schritt Nummer 1, was wir hier tun möchten, ist selbstverständlich unser Mikrofon zu setzen. Und unser Headset oder Boxen oder worüber ihr auch immer das wiedergeben wollt. Mein Mikrofon ist dieses hier. Das können wir auch direkt mal hier einmal testen. Hier könnt ihr nämlich draufdrücken. Wenn ihr hier draufdrückt, hört ihr euch quasi selber, wenn denn das hier schon stimmt. Also wenn die Ausgabe schon stimmt. Aber wenn man hier draufdrückt, dann kann man sich nämlich auch hier auch hier... Oh, ich höre mich mit Verzögerung doppelt. Hört ihr das auch? Ne, ihr hört das gar nicht. Oh Gott, ist das schlimm. Aber ihr habt gesehen, dieser Balken hier, der schlägt ein bisschen aus. Und daran kann man schon mal erkennen, ob das das richtige Mikrofon ist. Bei den Speakers, ja, wählt halt das, was dem entspricht, worüber ihr auch immer hört. Bei mir wäre das das hier. Die Spur nehme ich nämlich, glaube ich, auch mit auf. Ich glaube, die nehme ich mit auf. Wenn ich hier nochmal auf Audio Preview drücke. Ja, die Spur nehme ich mit auf. Jetzt hört ihr mich auch doppelt. Das ist total unangenehm. Ich mache das mal ganz schnell wieder weg. Dann gibt es noch den Mic Output und Pass-Through. Das braucht ihr im Normalfall nicht. Lasst das auf No Mic Output. Ihr braucht das, wenn ihr zum Beispiel auch was aufnehmen möchtet. Und ihr möchtet das, was ihr über Simple Radio sagt. Ihr habt ja gerade gehört, das hat sich so ein bisschen verzerrt angehört. So ein bisschen wie an einem Funkgerät halt. Wenn ihr das von euch selbst so mit aufnehmen möchtet, dann wählt ihr hier ein entsprechendes Gerät auf, auf dem ihr das aufnehmen möchtet. Also wenn ich das zum Beispiel auf einer anderen Spur in meinem Video mit aufnehmen möchte, kann ich hier dann halt mir noch eins aussuchen von den Spuren, die ich auch immer aufnehme. Im Normalfall mache ich das aber nicht, weil ich finde das in einem Video irgendwie komisch. Von daher, wenn ihr nichts mit irgendwie Recording zu tun habt, lasst das so stehen. Wenn ihr irgendwie mit Recording zu tun habt, könnt ihr hier noch eine Spur auswählen, auf der ihr das Laufen haben möchtet. Hier könnt ihr einen Speaker Boost auswählen. Das ist, wenn es euch zu laut oder zu leise ist. Also hiermit könnt ihr die Lautstärke so ein bisschen global regeln. Im Normalfall könnt ihr das auf Null lassen, denn es ist eh viel cooler, die Volume-Knöpfe im Cockpit zu nutzen. So, dann bräuchten wir, ja in der Theorie könnten wir hier jetzt eine Serveradresse eintragen und auf Connect drücken. Unter 127.001 wird nichts passieren, denn 127.001 ist die lokale IP-Adresse eures eigenen Rechners, ohne zu viel in die Technik hinabzusteigen. Auf jeden Fall passiert hier noch nichts, wenn wir auf Connect drücken. Wir ignorieren diesen folgenden Teil erstmal, kommen aber gleich nochmal darauf zurück. Controls ist quasi der nächste wichtige Bereich und hier setzen wir im Prinzip die Knöpfe, mit denen wir die Funkgeräte bedienen möchten. In so einem virtuellen Cockpit gibt es natürlich irgendwelche Tasten, mit denen man dann ein Funksignal überträgt. Also man muss diese Taste gedrückt halten und dann sprechen. Genau das machen wir hier jetzt auch. Wir belegen uns jetzt Tasten für die einzelnen Radios. Hier können wir sogar bis zu, oh Gott, bis zu 10 Radios. Das ist eigentlich ganz cool für irgendwie ATC oder JTAC oder sowas. Wenn man so einen Thrustmaster MFD Kuga hat, da kann man sich auf den Rahmen dann irgendwie so 5 Funkgeräte oder so mal in die obere Reihe legen. Eigentlich ein sehr cooler Tipp, wie ich letztens gehört habe. Wir werden uns mal die ersten 4 belegen, denn so eine Hornet hat zum Beispiel 4 Radios. So eine hat 10, die hat 3. Und hier können wir einfach auf Set drücken und jetzt der nächste Tastendruck. Wenn ich hier zum Beispiel die Taste A drücke, das war jetzt glaube ich, kann auch S oder D gewesen sein. Ich habe jetzt einfach auf die Tastatur gehauen. Auf jeden Fall hier eine Device-Tastatur, Button 31. Ja gut, da möchte ich das jetzt nicht drauf haben. Ich lege das jetzt auf meinen Thrustmaster Hotas Warthog, auf den Schubhebel, den Mic-Button Forward. Das ist Brottle Hotas Warthog, Button 4. Radio 2 lege ich auf denselben Button und zwar runter. Radio 3 wird der Mic-Button am Warthog und zwar Aft. Und dann nehmen wir noch Radio 4. Das wird der Mic-Button hoch. Zusätzlich lege ich mir jetzt auch noch den Intercom Select auf den Mic-Button hoch. Der hat damit eine Doppelbelegung. Warum mache ich das denn jetzt? Weil ich nicht nur ein Muster fliege. Ich fliege zum Beispiel auf sowas wie die C101 bei uns im Geschwader und die hat ein Intercom. Also ein kleines, ich möchte sagen, Gerät, damit der Pilot im vorderen und hinteren Cockpit miteinander reden kann. Das ist das Intercom. Das möchte ich auf demselben Knopf einfach haben. Man könnte das auch über Profile, glaube ich, lösen. Aber ich lasse das jetzt. Das ist halt meine Einstellung. Also belegt euch hier die Knöpfe gerne, wie ihr möchtet. Overlay-Toggle brauchen wir im Prinzip nicht, könnt ihr euch aber schon mal merken. Wir kommen gleich nochmal auf ein Overlay zu sprechen. Im Push-to-Talk gibt es theoretisch auch noch einen eigenen Knopf. Also das, was wir jetzt gemacht haben, das wählt eigentlich erstmal nur das Funkgerät aus. Also mit dem Knopf, den ich hier oben jetzt belegt habe, sage ich eigentlich nur, ich wähle Radio 1 aus. Theoretisch müsste ich mir noch einen Push-to-Talk belegen. Eine andere Taste, mit der ich dann wirklich spreche. Das braucht man aber gar nicht, denn dazu gibt es eine Einstellung. Kommen wir zu den Einstellungen. Die Einstellungen, die ich meine, und ich muss hier jetzt auf dem zweiten Bildschirm mal kurz so ein bisschen spicken. Was habe ich hier eigentlich als Standard? Was habe ich hier eigentlich nicht als Standard? Die Einstellung, die ich meine mit dem Push-to-Talk, die verbirgt sich weiter unten. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und wir flitzen jetzt hier mal so ein bisschen durch die wichtigsten Einstellungen. Ihr seht, das sind eine ganze Menge. Viele davon müssen wir jetzt auch nicht so im Detail durchsprechen. Da gibt es sicherlich irgendwo, irgendwo gibt es sicherlich ein Hilf-Dokument. Hier gibt es Help, schon mal Probe-Hilfe. Irgendwo habe ich aber, glaube ich, auch mal fast ein volles Manual gesehen. Auto-Connect. Auto-Connect ist eine schöne Einstellung, die aber auch auf dem Server aktiviert sein muss. Nicht jeder Server unterstützt das. Das sorgt dafür, wenn ihr auf einen Server joint, der diese Auto-Connect-Option anhat, dann startet sich Simple Radio automatisch und verbindet sich auch automatisch dahin. Da müsst ihr nichts mehr tun. Das ist eigentlich echt cool. Dann habe ich, was habe ich denn? Die beiden könnten noch wichtig sein. Microphone Automatic Gain Control und Microphone Noise Suppression. Die habe ich bei mir prinzipiell aus, weil ich steuere alles, was mit meinem Mikrofon macht. Das möchte ich von Hand steuern. Ich möchte selber bestimmen, wie ich mich anhöre. Je nach eurem Setup kann das durchaus Sinn machen, wenn ihr die anlasst und Simple Radio so ein bisschen eingreifen lasst. Damit schließt ihr zum Beispiel mit dem ersten Automatic Gain Control, das ist so eine kleine Lautstärke-Regelung, damit könnt ihr zum Beispiel ausschließen, dass ihr in Simple Radio zu laut oder zu leise seid. Der passt das dann automatisch so ein bisschen an. Und Noise Suppression, ja, wenn ihr irgendwie Hintergrundgeräusche habt oder sowas, dann werden die von Simple Radio unterdrückt. Aber das steuere ich alles manuell, weil ich hier sowieso ein etwas ausgefuchsteres, audioharte Setup mittlerweile habe. So, was haben wir denn noch für Einstellungen? Ja, sowas wie Play Connection Sounds oder Check for Beta Updates. Das sind alles selbsterklärende kleine Einstellungen. Da müssen wir jetzt nicht im Detail drüber gucken. Allow Wicom TX Inhibit könnte noch wichtig sein, wenn ihr zum Beispiel Wicom nutzt. Wicom ist so ein kleines Sprachprogramm. Da könnt ihr über Sprache quasi Befehle ausführen lassen. Zum Beispiel über Sprache, über ein Sprachkommando könnt ihr da Tastendrücke ausführen lassen. Da könnt ihr, wenn ihr das hier anmacht, dann unterbindet Simple Radio quasi während ihr funkt, die Übertragung von Sprachbefehlen über Wicom. Sonst kommt ihr euch ja gegenseitig damit in die Quere. TX heißt übrigens immer Transmit. Und gleich kommt sicherlich noch RX, das heißt Receive. Der Rest ist relativ egal. Profile. Alles, was jetzt kommt, kann man in Profilen einstellen. Ihr könnt hier ein neues Profil anlegen und so weiter und so fort. Das macht euch bitte gerne so, wie ihr möchtet. Und das hier ist die Push-to-Talk-Einstellung, die ich gerade schon bei den Controls meinte, weswegen ich mir keinen Push-to-Talk-Button belegt habe. Denn bei mir ist diese Einstellung an. Radio Switch Works as... Boah, Englisch heute. Radio Switch Works as Push-to-Talk heißt so viel wie, Wenn ich diesen Schalter hier betätige, ist das gleichzeitig auch Push-to-Talk. Also das selektiert nicht nur Radio 1, das ist auch direkt Push-to-Talk. Damit kann ich zum Beispiel, also damit ist quasi gelöst, in der A10, wenn ich den Mic-Switch nach vorne drücke, dann funke ich auf dem VHF. Das wird damit quasi gelöst. Auto Select First Channel Preset, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was das macht. Ist bei mir trotzdem an. Always Allow Simple Radio Hotkeys, das ist bei mir auch an. Und damit ist sichergestellt, wenn irgendeine andere Anwendung im Vordergrund ist und ich betätige meinen Radio Transmit Switch, also die Schalter, die wir uns gerade belegt haben, dann transmittet der. Das ist quasi diese Einstellung. Wenn die nicht an ist und ihr habt irgendwas anderes aktiv, dann kann es sein, dass euer Radio Switch nicht funktioniert. Always Allow Transponder Overlay Controls ist bei mir aus, weil ich die Transponder im Flugzeug selber steuere. Das ist für euch wahrscheinlich auch gar nicht so relevant. Ich weiß gar nicht, wie die Transponder im öffentlichen Multiplayer gehandhabt werden. Wir machen es bei uns im Geschwader, aber wir steuern das halt übers Muster. Und Always Allow In Cockpit, die CS-Controlled Push-to-Talk ist auch an. Das ist vor allem, soweit ich weiß, für die Trainer wichtig. Vor allem für die Intercoms. Da musste ich das für die CR 101 auf jeden Fall anmachen. Also hier könnt ihr noch, die Einstellung finde ich total geil, hier könnt ihr noch einen Release-Delay und einen Start-Delay für Push-to-Talk einstellen. Und zwar nur für die Simple Radio Hotkeys, die ihr belegt habt. Das ist total geil, wenn euch irgendjemand mal sagt, so boah, du, das Ende deiner Sätze am Funk, das ist immer mega abgehakt. Lasst doch mal den Knopf nicht so früh los. Ja, entweder gewöhnt ihr euch um und lasst den Knopf halt selber nicht so früh los. Oder er sagt halt, 500 Millisekunden später wird es aufgehört zu funken, nachdem ich den Knopf losgelassen habe. 500 Millisekunden ist eine halbe Sekunde, das ist echt, das ist schon ziemlich lang, ne? Damit könnt ihr sowas zum Beispiel machen. Oder ihr könnt auch sagen, wenn ich anfange, den Knopf zu drücken, möchte ich erst eine halbe Sekunde später funken. Das heißt, ihr drückt den Knopf und erst eine halbe Sekunde später wird der Funk übertragen. Eigentlich ganz coole Einstellung. Radio Receive Effects und Transmit Effects, das sind diese, ja, ich möchte was sagen, das hört sich an, als wenn so ein Relais aufgeht. Das werden wir gleich nochmal hören. Das sind diese Knacken am Anfang und am Ende. Die sind bei mir auch standardmäßig an. Hier sind halt diverse Effekteinstellungen. Er spielt hier, er spielt hier gern ein bisschen, ja, ein bisschen mit rum. Denn da gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Und der nächste Part ist auch wieder ganz cool. Für alle zehn Radios plus das Intercom kann ich bestimmen, ob ich sie links oder rechts oder gleichermaßen hören möchte. Und ich habe das bei mir so eingestellt, dass Radio 1 mittig ist. Mittig heißt, ich höre es links genauso wie rechts. Radio 2 bei mir hingegen ist nur rechts zu hören und Radio 3 nur links. Das ist eine Einstellung, die hat eigentlich gar nicht so viel mit Realismus zu tun, denn in echt ist es einfach nicht so. Mir erleichtert es aber, dass ich direkt sagen kann, auf welchem Funkgerät eine Übertragung reinkommt. Höre ich was nur auf dem rechten Ohr, kommt das über Radio 2 rein. Da muss ich dann gar nicht mehr drüber nachdenken. Finde ich persönlich ziemlich cool. Stellt euch das gerne so ein, wie ihr möchtet. Und dann sind wir jetzt auch eigentlich soweit, dass wir das Ganze mal ausprobieren können. Und zwar am besten erstmal auf einem kleinen Test-Server. Was haben wir denn für einen Test-Server? Wir können einfach mal auf den Server von Hogget gehen. Ich glaube, der wird noch ein paar Jahre existieren. Aber auf jeden Fall ist jetzt der Moment. Jetzt müsstet ihr in die Simulation und ihr braucht halt einen Server, auf den ihr geht. Irgendeinen Multiplayer-Server. Ich nehme jetzt mal dcs.pocketworld.com war es, glaube ich. Auf jeden Fall sieht man schon alleine, hier unten ist ein grüner Stecker und noch ein grüner Stecker. Der erste grüne Stecker heißt, ja, wir sind mit dem Server verbunden. Der zweite grüne Stecker heißt VOIP. Das ist Voice over IP, Voice over Internet Protocol. Wenn da ein grüner Stecker ist, cool. Wir können unsere Sprache übertragen. Und nur weil ich jetzt spreche und ja, das hier ist mein Ausschlag, mein Mikrofonausschlag. Wenn ich immer ruhig bin, geht's runter. Nur weil der da ist, heißt das nicht, dass mich jetzt irgendwer hört. Mich hört jetzt gerade gar keiner. Das ist nur ein Verbindungstest. Es fehlt nämlich noch der Stecker bei Game. Game heißt, dcs ist auch verbunden. Und ihr wollt, wenn ihr in dcs drin seid und im Multiplayer und ihr wollt funken, wollen diese drei Stecker grün sein. Ist einer dieser drei Stecker nicht grün, ist irgendwas falsch. Der vierte Stecker ist LoadATC. Das ist ein kleines ATC-Programm für Controller. Das interessiert uns nicht. Der Stecker kann ruhig schwarz bleiben. So, was können wir hier noch machen? Wir können hier Toggle Client List zum Beispiel machen. Hier sehen wir alle Clients, die gerade auf Hogget sind. Warum kann ich dieses Fenster nicht scrollen? Aha, schade, dass ich hier... Ach so, ja, natürlich tauche ich selber auch gar nicht auf. Hier kann ich mir die Server-Einstellungen anzeigen lassen, aber auch nur anzeigen. Das sind halt Server-Einstellungen. Also das macht der Server-Admin. Und ansonsten habe ich hier noch ein Airwax-Overlay und ein Radio-Overlay. Das waren vielleicht ein bisschen schnell. Radio-Overlay ist zum Beispiel für JTACs in-game ganz cool. Da gibt es dann halt drei, vier, fünf Radios, die man steuern kann. Airwax-Overlay ist halt wirklich für ein Airwax. Ich könnte das jetzt sogar von außen steuern. Ich muss nicht mal dcs gestartet haben. Dafür ist nämlich EAM da. EAM ist der External Airwax-Mode. Ah, hier gibt es ja sogar Tooltips. Da reicht es ja eigentlich fast, wenn ich vorlese. Und der External Airwax-Mode ist dazu da, dass ich in Simple Radio funken kann, ohne dass ich in dcs drin bin. Also wenn ihr einen Simple Radio-Server selbst aufgesetzt habt und ihr habt ein EAM-Passwort vergeben, dann könnt ihr das dementsprechend nutzen und kriegt dann hier dementsprechend auch die Radios. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal in dcs reingehen. Und ich glaube, ich gehe dazu auf meinen Geschwader-Server. Also ihr müsstet euch jetzt selber irgendwie einen Server suchen, auf dem ihr das ausprobieren könnt. Wenn ihr eine private Gruppe habt, dann habt ihr vielleicht einen Server, ansonsten irgendwas im öffentlichen Multiplayer. Da wird es doch bestimmt irgendwas geben, um das auszuprobieren. Wenn ihr dcs das erste Mal mit einem installierten Simple Radio startet, werdet ihr im Normalfall von diesem Overlay begrüßt, was euch sogar schon irgendwie so ein bisschen so ein Hilfetext bietet. Natürlich ist Simple Radio noch nicht verbunden. Und wir sollen uns doch bitte mit einem srs-Server verbinden und einer Mission beitreten. Das machen wir auch gleich. Danach steht noch, okay, es gibt noch dcs-Settings unter Optionen Spezial dcs-srs. Und wir können dieses Overlay auch toggeln, und zwar mit Links-Steuerung, Links-Shift-Escape. Wenn ich da drauf drücke, dann kann ich so ein paar Varianten durchgehen. Wir lassen das mal so an und gucken uns mal eben die Spezial-Optionen an. Das kann ich übrigens auch klicken und ziehen. Also das kann ich mir hinlegen, wo ich will. Und zwar hier unter dcs-srs. Erste Option, dieses Overlay-Default-mäßig anzeigen. Ich möchte das nicht haben. Also beim nächsten dcs-Start wird mir das hier nicht mehr per Default angezeigt. Auto-Launch Simple Radio. Wenn man einen Server beitritt, der dieses Auto-Connect-On hat, dann wird auch Simple Radio automatisch gestartet. Ich habe es jetzt schon auf dem zweiten Bildschirm offen, wird bei mir also nicht passieren. Ich kann nur empfehlen, den anzulassen. Das ist eigentlich ganz cool. Overlay Compact Mode. Da, ja, lest es euch durch. Hier gibt es diese Show-Transmitter-Name-Option. Die zeigt euch in diesem Overlay an, wer da gerade überträgt. Da ich das Overlay, ich habe das Overlay eigentlich nie an. Ich habe das eigentlich immer aus, wenn ich mit meinem Geschwader fliege. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ihr findet das bestimmt selbst raus, ob ihr diese Option haben möchtet oder nicht. Und das hier ist der Hilfstext. Ändert sich hier eigentlich irgendwas? Hier ändert sich gar nichts, ne? Doch, wenn der Haken raus ist und ich lasse das Overlay einmal, ich mache mit STRG-SHIFT-DSC, mache ich das Overlay mal wieder weg und wieder hin, dann ist der Hilfetext nicht da. Jetzt ist er wieder da. Das lassen wir so. Dann treten wir jetzt mal einem Server bei. So, ich bin auf meinem Geschwader-Server und hier folgt schon die erste wichtige Lektion. Sobald ihr in dieser Lobby seid, in dieser Multiplayer-Lobby, und ich bin noch in keinem Muster, ihr seid trotzdem schon mit Simple Radio verbunden. Und zwar auf diesen Frequenzen, die hier angezeigt werden. Und dieses Sternchen hier heißt, dass dieses Radio gerade aktiv ist. Wenn ich hier jetzt den Knopf für Radio 1 drücke und gedrückt halte, dann übertrage ich gerade auf der Frequenz 2.5.1. Das ist unglaublich wichtig, denn so übertragt ihr ansonsten ungewollt auf 2.5.1. Führt bei uns im Geschwader immer wieder zu lustigen Situationen, wenn man Controller im Tower ist und man hat die 2.5.1 aus Versehen noch reingedreht auf einem Seichen seiner zahlreichen Funkgeräte. Und wenn irgendjemand mal wieder einen Absturz hatte in einem Multi-Crew-Muster und die unterhalten sich dann hier noch ein bisschen in der Lobby auf 2.5.1, das kriegt man als Tower alles mit. Ich habe mal eben fix eine A10 angemacht, nur soweit, also nicht komplett an, nur soweit, dass wir hier unten die Funkgeräte betrachten können. Und ihr müsst entschuldigen, wir fliegen gerade so ein bisschen bei Sonnenaufgang, deshalb ist draußen ein bisschen duster. Aber das ist ja nicht schlimm, unser Cockpit ist ja in einem wunderschönen Grünton erleuchtet. Und wir haben, und das kann man jetzt glaube ich ganz schön sehen, hier oben in dem Overlay, das kann ich übrigens immer noch klicken und ziehen und mir hinlegen, wo ich möchte. Und ich kann immer noch STRG, SHIFT, ESC drücken und das auch komplett ausmachen, so fliege ich normalerweise. Weil ich mache das halt lieber mit den Funkgeräten im Cockpit und möchte das auch gar nicht kontrollieren. Das hier reißt mich total aus der Immersion raus. Wir sehen zum Beispiel das VHF AM, das ist das obere Funkgerät hier, steht auf 121.0, das ist genau dieses Funkgerät. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel mal auf 122 gehe, dann spiegelt sich dieser Status hier direkt wieder. Und mit dem Switch für Radio 1 kann ich hier drauf jetzt reden und jeder auf dieser Frequenz würde mich jetzt so reden hören. In dem Overlay, das Plus TR dahinter heißt Transmit Receive. Also, oder nein, in dem Moment heißt es nur Transmit, weil ich rede jetzt gerade hier auf der Frequenz. Das Sternchen heißt, dieses Radio ist ausgewählt. Wenn ich zum Beispiel mal den Knopf für Radio 2 betätige, den ich mir belegt habe, dann funke ich halt auf dem UHF. Und mit dem Knopf für Radio 3 funke ich auf dem Aft, auf dem VHF FM. Welches Radio, welcher Knopf ist, ist in jedem Muster ein bisschen unterschiedlich. Da müsst ihr halt im Zweifelsfall hier mit dem Overlay ein bisschen ausprobieren. Aber ihr seht ja und vor allem hört ihr es auch, ne? Und ja, das Funkmenü oben rechts. Ich bin mir zu faul, ich bin viel zu faul, diese Tasten umzulegen, weil das Funkmenü brauche ich halt für andere Videoaufnahmen nochmal. Von daher, ja, mit jedem Tastendruck triggere ich auch das Funkmenü quasi immer noch, wenn man so möchte. In einer C101 sieht das relativ ähnlich aus. Die C101 hat hier vorne ein UHF Radio und hier noch ein VHF Radio. Beide Radios sind gerade noch aus, spiegelt sich auch darin wieder, dass hier keine Frequenz eingestellt ist. Und die hat zusätzlich noch ein Intercom. Wenn ich den Intercom Push-to-Talk, den ich mir auch vorhin auf den gleichen Schalter wie Radio 4 gelegt habe, wenn ich den betätige, ja, dann funke ich halt auf dem Intercom. Gut, hinter mir ist jetzt gerade keiner. Also, okay, virtuell wird da jemand angezeigt, aber sitzt gerade niemand mit mir im Muster, deshalb hört mich auch keiner. Aber wenn da jemand drin säße, der sein Simple Radio auch gut eingestellt hat, dann würde der mich jetzt auch hören. Und wenn ich hier das UHF anmache, sehen wir auch, der Status spiegelt sich direkt wieder. Und so funke ich jetzt direkt auf dem UHF. Die 50% dahinter ist übrigens die Lautstärke. Das sollte ich ja auch noch lauter drehen können. Ihr seht hier sogar mit dem Lautstärkeregler im Cockpit hier unten ändert sich die Lautstärke in Simple Radio. Und das Knacken ist jetzt ein bisschen lauter. Das sind übrigens diese Transmit- und Receive-Effekte, dieses Knacken, was ihr die ganze Zeit hört. Deshalb habe ich die unter anderem auch an, weil so kann man mal kurz testen, ob das Funkgerät funktioniert. Und auch in einer F18 funktioniert das Ganze wunderbar. Die hat zwei baugleiche Radios, zwei ANAC-210s. Das sind die beiden Radios hier. Und, oh, das ist ja lustig. Hier springt Guard-Receive hin und her auf beide Radios gleichermaßen. Naja, wenn ich hier den Channel ändere, können wir auf jeden Fall auch sehen, wie es sich im Simple Radio Overlay ändert. Und wenn ich hier Guard-Receive, kann ich hier gar nicht rausnehmen. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, wie ihr die Radios in den einzelnen Mustern bedient, das soll ja auch gar nicht der Teil heute darstellen. Das wäre ja viel zu viel zum Erklären. Aber auch wenn ich hier auf Manuell stelle und hier zum Beispiel mal die 125 eingebe, dann stellt sich das Radio halt da drauf. Und ich kann jetzt hier wie gewohnt quasi funken. Und dann gibt es noch die Besonderheit des Mids. Das sind die zwei Datalink-Radios. Und wie gesagt, wie ihr die einzelnen Radios bedient, ist eigentlich gar nicht angesagt. Aber, naja, die F-18 ist mit eines der berühmtesten Muster. Dazu muss ein Datalink an sein. Ihr müsst Voice A auf irgendwas setzen, was nicht 127 ist. Und schon seid ihr hier auf Channel 16. Das gleiche für Voice B. Also habt ihr hier einfach noch zwei weitere Funkgeräte und jetzt nicht erschrecken, es klingelt einmal. Das sind halt die Mids-Effekte von Simple Radio. Na, und dann gibt es ja noch den Fall, dass ich vielleicht gar nicht in einem Cockpit sitze. Vielleicht mache ich ja JTAC oder sonst irgendwas. Da zeigt mir jetzt SRS ja zumindest auch erstmal irgendwelche Funkgeräte an. Ich meine, hier oben ist irgendwie, ne, ich habe ein UHF, ein UHF, ein VHF, noch ein UHF und ein Intercom. Und ich sitze gerade mit Combined Arms in diesem M2 A2 Bradley drin. Wie komme ich denn jetzt an die Funkgeräte? Naja, ganz einfach. Ihr müsst den Simple Radio Client einmal auf den kleinen Knopf unten links drücken, Toggle Radio Overlay. Schon geht dieses kleine Overlay auf. Das könnt ihr euch auch hinschieben, wo ihr wollt. Im Normalfall bleibt das auch im Vordergrund. Ich glaube, die Einstellung dafür haben wir gesetzt. Und hier kann ich jetzt dementsprechend über diese Knöpfe hier unten meine Frequenz ändern. Und wir sehen, das spiegelt sich hier auch direkt wieder. Und wenn ich meinen Push-to-Talk-Button für Radio 1 drücke, dann transmitte ich damit auch. Drücke ich meinen Push-to-Talk für Radio 2, springt es direkt auf das Radio hier. Kann man auch noch anders machen. Ich kann nämlich auf diese gelben Punkte drücken und das Radio selektieren. Und zum Beispiel nur den Knopf drücken, den ich in den Settings als Push-to-Talk hinterlegt habe. Ja, das war er jetzt nicht. Eigentlich hätte ich mir noch einen anderen Knopf belegen müssen. Aber ihr versteht das Prinzip. Und wenn ich das Ganze als Airwax mache, und wenn ich zum Beispiel in einem Airwax drin bin, das kann ich ja auch eigentlich hier mal eben machen. Hier müsste ja ein Airwax rumfliegen in der Mission. Da oben fliegt einer rum, aber da kann ich mich gerade nicht reinsetzen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir haben noch den Knopf Toggle Airwax Overlay in Simple Radio. Wenn ich da drauf drücke, oh, das ist jetzt ein bisschen klein. Oh, ah, da skaliert das Fenster größer. Ich dachte schon, das hätte ich ja kaum erkennen können. Da habe ich halt ein paar Funkgeräte mehr, von denen ich aber auch alle nutzen kann. Also als Airwax hat man echt eine unglaubliche Menge an Funkgeräten. Das hier ist der Lautstärkeregler. Und hier könnte ich sogar noch Encryption setzen, wenn ich irgendwie das K58 zum Beispiel, KY58 zum Beispiel in eine F18C oder eine A18C setze. Also man kann eine ganze Menge machen. Aber ich glaube, wenn ihr sowas macht wie GCI oder JTAG oder ATC, dann habt ihr damit sicherlich eine festere Gruppe, die euch da vielleicht auch noch unter die Arme greifen kann, was diesen Airwax-Mode angeht. Denn ich denke, im Kern sind wir damit heute durch. Ruhig, passend, wo gerade so schön die Sonne aufgeht und der Himmel so schön aussieht. Schön, mit euch noch romantisch zum Ende diesen Sonnenaufgang zu genießen. Schick, dann will ich euch auch nicht länger aufhalten für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit Simper Radio. Und natürlich verbleibe ich, wie ich immer verbleibe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Hm! Untertitelung des ZDF, 2020